Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von All4Hunters, All4Shooters. Wir von Professor Optiken haben uns für die anstehende Drückjagd-Saison gemeinsam mit der Firma Heim ein bisschen was ausgedacht. Und zwar geht es hier um das Offroad Powerpack hier in der Variante S. Thomas, vielleicht magst du mal kurz was zu dem System sagen hier. Genau, also wir haben hier ein System SR30 mit dem neuen Offroad-Shaft. Das ist ein Kunststoff-Shaft mit Nylon verbunden, mit Glasfasern oder Glaskugeln verstärkter Schaft. Ein Offroad-Lack drauf, ein Zwei-Komponenten-Lack. Er ist wirklich sehr hart, sehr griffig, damit man nicht mehr abrutscht. Innen drin mit einem Biebenwabenmuster, eben um die Stabilität zu gewährleisten. Der Schaft ist nicht mehr hohl, er klingt wirklich voll. Das ist Scheppern, das Hohl ist einfach weg. Ein Rückstoß-Absorbierend, was auch sehr angenehm zum Schießen ist. Er hat eine super Gummikappe hinten drauf, die wirklich auch hochrutscht, die wirklich stabil in der Schulter liegt. Ja, mein Stoas, das klingt ja schon sehr cool. Für welche Anwender-Gruppe ist denn das? Also die ist gemacht halt für Offroad, fürs Gebirge, für die Pirsch, für die Drückjagd. Gerade für Jungjäger, wirklich super geeignet. Auch wenn man lange ins Gebirge läuft, eine sehr leichter Schaft, nur um die 900 Gramm. Wir sind da auch jetzt dran, den noch ein bisschen leichter zu kriegen, dass er so um die 800 Gramm hat. Ja, für solche Sachen eben gemacht. Genau, jetzt hast du Jungjäger angesprochen. Natürlich spielt ja der Preis immer auch eine Rolle. Jetzt haben wir schon gehört, es ist ein Komplettangebot, Powerpack genannt, Offroad Powerpack. Das kommt mit unserem Staffelsee 1-8x24 mit dem neuen Leuchtphaseabsehen, mit der Rosan-Montage und mit einem Schalldämpfer fertig montiert. Derzeit für 2.240 Euro. Und wir haben in dem einen oder anderen Video vorher auch schon gehört, dass hier wirklich auch ein gehämmerter Lauf ist, dass die Qualität sehr viel in Handarbeit passt. Also man bekommt hier wirklich eine wundervolle, hochwertige Waffe, ich sag mal um 2.200 Euro. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Genau, jetzt bin ich ja nun der Chef von Professor Optiken. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen Werbung für mich machen. Natürlich bekommen wir diese Waffe nicht nur mit der 1-8x24 Staffelsee, sondern es gibt verschiedene Powerpacks, natürlich auch mit der Ammerseeserie und mit anderen Staffelseeserienmodellen. Und auch im Konfigurator kann ich natürlich individuell die passende Professor Optiken Zieloptik auswählen. Ganz kurz will ich nochmal darauf zurückkommen, auf die Kundenbetreuung hier vor Ort. Wenn ich jetzt die Waffe ausgewählt habe im Online-Shop, dann kann ich die ja persönlich abholen und ich kann die dann auch gleich hier schießen. Genau. Also wenn die Waffe dann mal fertig ist, kriegt der Kunde eine E-Mail oder wird angerufen, dass die Waffe abholenbereit ist. Viele Kunden kommen her, schauen sich die Waffe an, schießen Probe mit. Die haben ein gutes Gefühl dabei, wenn sie die Waffe überreicht bekommen. Es passt alles, sie funktioniert, sie schießt gut. Das ist dann so das Highlight nochmal, sag ich, für den Kunden, wenn er hier im Werk ist und seine Waffe persönlich abholen kann. Also es ist ein bisschen wie beim neuen Auto, was man im Werk abholt, wie bei einer Werksführung. Also auch das bietet, glaube ich, nur Heim, soweit ich das weiß. Magst du zu den Läufen nochmal was sagen? Wir haben ja in dem Vorvideo schon oben die Maschine gesehen und zur Langlebigkeit und so weiter. Ja, also kalt gehämmerte Läufe, hohe Qualität, hohe Festigkeit, 10.000 bis 15.000 Schuss, hält so einen Lauf ohne weiteres. Also hier wird wirklich nicht an irgendwelchen Materialien gespart oder sowas. Egal, was für eine Waffe, immer derselbe Lauf, immer dieselbe Qualität. Ja, okay, wenn ich jetzt so eine Waffe erwerben will, wo mache ich das? Also einmal bei uns direkt im Werk, bei der Manufakturführung, direkt im Werk, sowas bei uns bestellen oder in unserem Online-Shop, alles möglich. Okay, also der Online-Shop war heim-manufaktur.de. Ich weiß, dort gibt es die fertigen Offroad-Power-Packs, die ich quasi im Kaliber .308, .306 und 8x750S bekommen kann. Und dann gab es ja auch die Möglichkeit, sich die Waffe individuell im Konfigurator auch mit dem neuen Offroad-Shop zu konfigurieren. Genau, im Konfigurator genauso. Alles klar. Dann je nachdem, was der Kunde halt möchte, was er sich raussucht. Okay, und ganz besonders ist, das ist vielleicht nicht rausgekommen, jeder Kunde kann quasi hier in die Manufaktur kommen und kann sich anschauen, wie die Waffe gebaut wird, wie Waffen gebaut werden, wie die zusammengebaut werden. Er kann sich selber von der Qualität überzeugen. Also ihr seid herzlich eingeladen. Jeder, der sich vor heim interessiert, kommt gern vorbei, schaut euch diese Manufaktur an und wählt eure Waffe individuell aus. Genau, genau so.